Funk, jetzt nackt tanzen. Okay. Ka-ching! Wir sind fast auf 89. Fast auf 98. Ich komm mir ein bisschen vor wie beim Teleshop. Ist mir aber scheißegal, ganz ehrlich. Heute dürfen wir das auch einfach mal. Wir müssen hinbekommen, dass es genau 999.999 sind. Fände ich auch cool. Wäre auch mega. Ein Arschloch, was ein Euro speck ist. So ein Penner. Funktioniert der Donation-Link eigentlich noch nach 3 Uhr oder ist es geschlossen? Soll ich machen? Ist das Ziel damit ein anderes? Ah ja, okay, ich verstehe. Ganz kurz, aber Better Place funktioniert noch der Spenden-Link. Da könnt ihr mal kurz testen. 984. Alter Fatah. 984. Oh Gott, das ist voll nah. Jetzt würde ich das aufrollen. Ist meine Perikation schon mal falsch? Ja, das stimmt. Ich hab gesagt, wir sind bei 98. 98. Hä? Oh, oh, oh. Erik, du hast ein Talent den Leuten die Kohle aus den Taschen zu nehmen. Mach mal mit dem weiter. Genau, du solltest das beruflich nutzen. Was? Was denn? Als du noch gesagt hast, bei einer Million, was heute nicht mehr geht. Oh Gott. Ich hab gesagt, wenn alle machen, dann mach ich eine Glatze. Wenn alle eine Glatze machen, dann mach ich eine Glatze. 91, 91, 91. 94! 94! Wer war das? Wer war das? Wer war das gerade? 30.000 Euro aus den Socken gelabert? Wer war das denn gerade? 98! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Stopp jetzt! Alter, 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 Alter! Stopp's account! ibeide! Immer so aus! Alter, Alter, Alter! Alter, Alter. 福利! Alter, Fanta! Top 4! Ich hab keine Ahnung. 1.4. 1.4. 1.4. 1.5. Ich wollte kurz auf Pläne gehen. Das hängt noch ein bisschen dran. Bist du ganz so gerannt? Scheiße. Das funktioniert ja. Alter. Das ist jetzt doof. Ich will, dass das jetzt kaputt geht. Jetzt ist okay. Jetzt kann er aufhören. Holy Shit. 17.000 noch? Alter. Jetzt reicht's auch. Woher kommt das auf einmal? Wollten wir nicht gerade noch 35.000 haben? Holy Shit. Wie schnell kann man 50.000 noch verdienen? 13.000. Klasse. Mach einfach mal den Kleingeld so. Oh Mann ey. Applaus an den Chats. Unglaublich. Mega krass. Sechs Jahre. Nach sechs Jahren haben wir's geschafft. Ich bin reich. 20.000 rüber. Na klar. 21.000 rüber. 2.000. 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 3.000. 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 4.000. 4.000. 4.000. 4.000. 4.000. 4.000. 4.000. Er ist auf Rot. Er ist da. Stehst du auch hier ein bisschen. Steht da? Nexion? Nein, Action, danke. Achso, Action, danke. Also, danke. Dexion? Dexion, Dexion. Das ist, glaub ich, du kannst mit Kanal-Punkt das machen? Ja, ich... Ja, ist klar. Haben wir das Video soweit? Lieber, eine Frage haben wir noch. Eine Frage noch. Frage! Frage! Nächstes Jahr gleich, äh... Im Kalender steht nichts. Hast du schon mal ein Datum? Kalender, das steht nicht. Wir nehmen immer den ersten Samstag im Dezember. Nee, nee, da musstest du jetzt schon mit dem Datum. Ja, das ist ja wohl. Bin ich krank. Das hast du mir nicht gesagt. Das ist ja eigentlich. Da bin ich klar. Der vierte? An dem Tag guck ich mit dem Promo, dann geht nicht. Geil, dann feiern auch den Kurs nach rein. Vierter Samstag, vierter Dezember. Vierter Dezember. Gäste hier schon wieder einen Kuchen, okay? Am 1. Dezember. 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 Am 1. Dezember auf ein Erztenkonzert, da können wir nicht. Oh, shit. Ja, stimmt. Am 1. Dezember ist ja egal. Was ist jetzt wichtiger, Alter? Ja, und scheiße. Die Erzte. Die Erzte kommen einfach hier hin. Die Erzte. Damit seid ihr eingeladen. Aber ihr könnt keine Musiksnippen spielen. Schade. Am 2. Dezember steht Andi Spielshow drin. Geil. Mach eine Spielshow, Andi. Am 2. Dezember 2021. Ihr könnt das Feierfestival vielleicht machen. Ja. Wegen Corona. Was ist das denn? Das ist ein Gag, weil es gab mal ein Feierfestival. Ganz, ganz, ganz. Ja, war wieder zu lustig. Ey, da könnt ihr richtig geile VIP-Karten kaufen. Wir machen vielleicht Werbung vorher mit Influencern, das klappt immer sehr gut. Wir sind Influencer! 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 Das war's mit Friendly Fire 6. Für euch haben wir jetzt noch ein Video und jetzt gehen wir alle in die Eistonne. Geil, was ist die Eistonne? Eistonne!